Mambo Vipi Leute und Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege. Es ist ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe. Und, ähm, ja, nicht wundern, dass ich jetzt Rang spiele. Und zwar spiele ich auch mit dem Account meines Bruders, weil ich nämlich gerne mit denen, ähm, ich spiele gerne mit meinem Bruder und seinen zwei Freunden, weil, äh, als Viererteam ist es gut zusammen zu spielen, da gewinnt man halt häufiger. Und ich wollte halt Rang spielen und ich kann ja nicht locker, also ich bin erst Level 13 und ich kann nicht mit denen spielen. Deshalb spiele ich halt jetzt mit dem Profil und werde auch in Zukunft mit dem Profil spielen. Und, ja, mein neues Ziel ist dafür jetzt nicht Rang zu kommen, sondern Platin. Also, wenn ich das hinkriege, weil Platin ist halt einer der höchsten, wenn nicht, glaube ich, sogar das höchste, was man kriegen kann. Oder Diamant, glaube ich, gibt es auch noch, aber das ist fast unmöglich. Ja, und zur Zeit bin ich halt Silber 2. Das heißt, ähm, ich habe noch einen sehr langen Weg vor mir. Also, ja, ist halt, ähm, Silber 2, dann kommt Silber 1, dann kommt noch erstmal Gold. Und wenn man verliert, dann muss man ja oft ein, absteigen, ganz viel. Und wenn man gewinnt, steigt man auf. Und das Problem ist halt, dass ich, ähm... Oh, vorsichtig. Okay. Ähm, dass ich oft auch alleine spiele mit fremden Leuten. Und da gewinnt man halt viel seltener. Das heißt, da steigt man auch öfters ab. Also, ich habe angefangen bei Bronze oder Kupfer war das. Und jetzt bin ich Silber 2. Das habe ich aber auch nur mit, äh, meinem Bruder und seinen Freunden geschafft. Ja, mal schauen, ob ich das dann überhaupt schaffe, aufzusteigen auf Gold. So. Und. Ich habe ja hier meinen, einen meiner Lieblingsoperator. Fuse. Sehr schön. Ich fülle es natürlich nochmal rein, weil die anderen Fenster zu sind. Okay, versuch mal von der Seite. Na, ist auch zu. Das ist ja scheiße. Der kann hier von... Wow. Der war oben. Scheiße. Wow, das war knapp. Alter. Was ist gerade hier los? Kann man hier in Ruhe reinfüßen? Ich wurde entdeckt. Okay, wo ist die scheiß Kamera? Mit den Kameras, da kenne ich mich noch nicht so gut aus. Aber die sehe ich. Nicht sehr schön platziert. Okay, da ist der. Ich füße mal rein. Oh, oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Bitte, 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 bitte. Was? Wie? Hä? Das ist mir schon mal passiert. Wie denn? Nee, jetzt mal ohne Ernst. Äh, mit Ernst. Warum? Das ist also nicht so gut gelaufen mit Fuse. Ich bin halt Zweiter. Was ganz okay ist. Aber wir müssen halt gewinnen. Das ist das Wichtige. Es geht immer nur ums Aussteigen. Ich möchte unbedingt platzieren. Das ist so ein kleines Wettrennen zwischen uns vier. Also zu unserem Squad. Wer von uns zuerst platzieren wird. Also die haben halt früher angefangen. Die sind jetzt schon alle Gold. Da muss ich erstmal aufruhen. Okay, Kumpel. Na los. Oh, oh, das wird knapp. Das wird knapp. Scheiße. Okay, los, 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 los. Sehr schön. Okay, Kamera. Okay, die haben die Kamera schon. Nein, er ist tot. Scheiße. Oh, nein. Vielleicht findet er die Bombe nicht. Nein. Scheiße, verloren. Ist nicht so gut gelaufen. Er hätte die Bombe irgendwie anders platzieren müssen. Nicht so direkt dahin. Naja, egal. Okay, erste Runde verloren. Verteidigen. So. Da habe ich einen neuen Lieblingsoperator. Und zwar den lieben Frost. Oder die liebe Frost. Spiele ich unglaublich gern mit, äh, Schild. Da habe ich so eine Taktik, die ich immer benutze. Wahrscheinlich macht das jeder so, aber... Ja. Hier oder wohin? Hm. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Trophäen. Kommt Trophäenraum. Ist, glaube ich, sicherer. Ja. Und die Verbindung ist natürlich wieder 1A von mir. So. Da mache ich erstmal hier eine hin. Das ist immer so, weil... In letzter Sekunde manchmal springen die halt rein. Um... Also wenn sie halt, äh... Jetzt... Versucht haben zu schleichen und haben es nicht geschafft, weil sie keine Ahnung getrödelt haben. Dann kommen sie meistens wie die Irren reingesprungen. Und dann erwischt man eigentlich ganz gut. Oft. Jemanden mit diesem Frost. So. Und hier benutze ich immer diese Taktik. Ähm. So. Das war, wenn sie rüber springen, springen sie meistens... ...auf der Frost rauf. Was passiert? Manchmal ist es jetzt nicht so... Das ist jetzt nicht so oft passiert. Aber man kann Glück haben. Das Wichtige ist dabei, hier im Raum zu campen und einfach Geduld zu haben. So, die Wand lassen wir auf. So, falls einer Fuse hat. Einer ist schon kurz vor uns. Scheiße. Gut. Gut, ich camp mal hier. Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Scheiße. Toll, dass du herkommst. Surveying. Okay. Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Der war viel zu schnell. Oh, nein, ey. Die Runde ist wieder so versaut. Oh, das tut weh. 2 zu 0. Och, Mann. Ich habe auch keinen Kill bisher geschafft. Es läuft nicht sehr gut. So. Da suchen wir ja jemand anderen. Ich probiere ja eigentlich jetzt da rum. So, wir nehmen mal Twitch. Falls sie etwas haben, was wir zerstören können. Also, falls sie Mira haben. Ach, weiß was. Ich nehme mal einfach den Entschärfer mit. Und ich habe ja sowieso Twitch. Das heißt, ich muss erstmal hinten ein bisschen chillen und mit der Kamera reingehen und Ruhe gucken, was es da so gibt. Erstmal Kameras abschießen, aber, ähm, hier sehe ich ja keine. So, da ist er, die erste. So, die ist kaputt. Ich muss noch lernen, wo die Kameras sind. Da, da, so Reiner. Shit. Oh, oh. Wer schießt denn da wie in Irrer jetzt schon? Die Frage ist, was die da alles aufstellen. Frostmatte. Kann man leider nicht zerstören. Schneechen. Bevor er das kaputt macht. So. Das haben wir kaputt gemacht. So, die auch. Nein. Nicht meine Kamera. Hahaha. Jetzt schaffen wir für Chaos. Scheiße. Aber das war auf jeden Fall witzig. Oh, das ist doch das Schöne an Twitch. Gut, die haben noch ein paar Kapkern fallen. Die würde ich gerne zerstören. Äh, was mache ich dann? So. Müssen wieder reingehen. Und nach oben. Okay, wir nehmen mal die. Weg hier. Ähm. Swapping Max. Aha. Oh, ich habe einen Assist. Cool. Das habe ich durch meinen Twitch bekommen. So. Shit, shit. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Okay, äh, gibt es irgendwas zu verstören? Ah, Kapkampffalle. So. Noch irgendwas? Ah, da. So, noch irgendwas? Ich sehe gerade nichts. Ah, hier ist Frost. Scheiße. Ah, da oben ist eine Kamera. So. Ähm. Noch etwas? Ich lasse mal jetzt erst kämpfen, sondern sorge so für das Team. Ähm. So, hier müsste irgendwo noch andere Waldküre-Kameras sein. So. Okay. Gehen wir mal hier durch. Oh, der hat denn seine Kapkampfallen aufgestellt. Schnell, schnell. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Nein. Nein, jetzt verlieren wir wegen mir. Oh mein Gott. Das tut mir so leid für das Team. Das war halt wirklich keine Absicht. Oh, scheiße. Hätte der den am Ende noch erwischt, hätten wir gewonnen. Warum habe ich die Bombe mitgenommen? Oh, ich Idiot, ey. Das ist nicht so gut gelaufen. Scheiße, es steht 3-0. Ich weiß nicht, ob wir das noch umdrehen können. So, wie nehmen wir denn? Hm. Hm. Ne Malesezahl. Vielleicht stimmt hier auch jemand dafür. Ach, hätte ich die Bombe für jemand anderen gegeben? Vielleicht hätte er das geschafft. Verdammt. Wir haben immer noch keinen Kill. Wir haben aber viel mit Fuse geschafft. Zwei Assists haben wir hier hingekriegt. Aber wir sind wieder hier. So. Erstmal kommt hier eine schöne Falle hin. Wieder. Man darf jetzt nicht, ähm, sagen, okay, die sind letztes Mal nicht da reingefallen, deshalb machen wir das anders. Man muss das immer an der gleichen Stelle hin tun, weil die springen ja nicht immer, ähm, an der gleichen Stelle hoch. Und hier noch eine. Falls sie durch das Fenster kommen, haben wir diesen Raum schön gesichert. Oh, was macht ihr denn? Und das ist richtig dumm. Ne, obwohl. Entschuldigung. Das ist nicht richtig dumm. Cup-Kampf-Falle. Schön, aber macht der die Tür zu. Ich mach mal hier zu. Ich weiß, das ist nicht so schlau für manchen Leuten, aber bei dem Team bringt das halt nichts, weil keiner da runter guckt. So, dummer Twitch. Kannst vergessen. Scheiße. Scheiße, Mann. Was mach ich denn? Richtig dumm. Richtig, richtig dumm war das. Zwei Lust. Oh, nein. Wir haben verloren. Und dann noch 4 zu 0. Boah, das geht... Alter. Bring ihn doch um. Okay, mit dem Team hatten wir auch keine Chance. Okay, ich hab jetzt auch nicht viel geschafft. Aber... Absolute Niederlage. Oh, das schlägt auf den Rang. Das schlägt auf den Rang. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir verloren haben. Oh, nein. Oh, ich steig sogar ab. Silber 3. Minus 73. Boah, das ist nicht mehr normal, so viel zu verlieren. Das ist ja schon... tödlich. Gut, nee, mit dem Team spielen wir nicht. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Also ich versuche nächstes Mal natürlich besser zu spielen. Und versuche natürlich aufzusteigen. Das ist jetzt das neue Ziel. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Rainbow Six Siege. Euer Yonkomo-san.